So. Arbeit ist wieder an. Hier wieder rein. Hier mal wieder hinschieben. Witcher-Shit. Dafür machen wir das hier mal dunkel. Der Kontakt des Hexers erwähnen sollte Hendrik sein, ein Spion des Kaisers, der in dem kriegsversehrten Land inkognito operierte. Sein Auftrag lautete, Informationen über Ciri zu beschaffen. Doch Geralt erreichte Hendrik zu spät. Die wilde Jagd war schneller gewesen. Der Hexer fand nur noch die Leiche des Spions. Hendriks Notizen hatten die Geisterreiter allerdings nicht gefunden. Aus diesen erfuhr Geralt, dass Ciri beim blutigen Baron, einem örtlichen Kriegsfürsten, zu Gast gewesen und außerdem mit einer Hexe aneinander geraten war. Ach ja, stimmt. Hier sind wir stehen geblieben. Wir müssen die Zürde tränken. Warum bin ich zu blöd hier, diesen... Ah, jetzt. Ach, schön. Welt von Witcher. Ich liebe es. Findet die Hütte des Weidelars. Ja, das wäre natürlich eigentlich auch nicht so verkehrt. So. Machen wir erstmal das hier. Müsste ja hier irgendwo sein. Schon mal von vorbeugenden Arschtritten gehört. Ich bin mir gerade ehrlich, Vater. Wenn ich alles nur auf einem Ohr höre. Ah, nee. Jetzt. Jetzt geht's. Hm. Mysteriös. Okay. Äh. Lager. Du kannst Waffenrüstung und Gerümpel zur Sicherheit in deinem Lager aufbewahren, wo sie nicht gesturnt werden oder sonst wie verschwinden können. Du kannst an verschiedenen Orten auf der Welt auf deinem Lager zugreifen. Gegenstände, die du an einem Ort in deinem Lager legst, sind auch an anderen Orten verfügbar. Und an denen du auf deinem Lager zugreifen kannst, sind permanent auf der Karte eingetragen. Weiter ausschauen nach dem Kistensymbol. Kistensymbol. Ziri war also hier. Ein Kreisel. Spielzeug von Kretka. Die natürliche Unklarheit von Flüchen. Äh. Warte, das möchte ich einmal lesen. Ähm. Komm an meine lieben Freunde Philipp und Anna von Graf-La-Guerf, äh, Kulturminister des Königreichs Timmerien, Vysima, 1265. Wer da meint, dass sich in Flüchen ausschließlich die bösen Absichten eines Wesens einem anderen gegenüber manifestieren, ist er irrt sich gewaltig. Da sind Berichte über unfreiwillige Verfluchungen der eigenen Personen sowie von Objekten in der Umgebung erschreckend verbreitet. Die Konsequenzen sind schwer vorherzusagen. In vielen Fällen sind sie gravierend und können sogar den Tod desjenigen bedeuten, der von Flucht getroffen wurde oder Zeit mit den verfluchten Objekten verbringt. Da ist es so wichtig, möglichst sorgfältige Schutzmaßnahmen gegen Flüche zu treffen. Als absolutes Minimum empfiehlt Madame Amelia Vera Cruz Leon Reinigung von allen negativen Gedanken, Anstreben von Einssein mit der Welt, Erreichen von Harmonie zwischen Körper und Geist. Acht, du grüne Neuner. Eine Widmung für den Baron und seine Frau. Offenbar hatten sie hochwangige Freunde in Vysima. Die müssen Ciri gehört haben. Offenbar hatte sie es eilig zu verschwinden. Okay, das ist dann die Kiste. Aber sowas gibt es hier nicht. Das können wir irgendwann ins Lager legen. Äh, ja, die Bulzen würde ich mal sagen. Aber sowieso nicht. Diese Höflingsklamotten. Können wir da auch einmal reinpacken. Und die... Äh, okay. Das stimmt, wir haben uns ja noch nicht wieder neu ausgerüstet. So. Wir tragen ja immer noch hier die Rüstung aus Kermorhen. Ähm... Die Sette kann ich, glaube ich, verkaufen. Auf der grünen Neuner tragen wir viel Quatsch mit uns rum. Aber naja, wir bleiben dabei erst mal. Ah, da ist Greta. Ist da irgendwas noch? Nee. Ja, ich würde ja gerne mit ihr reden, aber irgendwie... Aus irgendeinem Grund kann ich mit ihr nicht reden. Weiß man nicht, warum? Ich kann mit ihr irgendwie nicht reden. Mit denen hier kann ich reden. Aber warum kann ich mit denen reden, mit ihr aber nicht? Nee. Gut, dann machen wir das ein anderes Mal. Und dann gucken wir erst mal... Weiter. Mit Hexenaufträger kommen wir gerade auch nicht voran. Dann machen wir erst mal hier die Hexenjagd. Die Frage ist... Wo ist das nochmal? Ach, da unten. Okay. Weiß ich nicht. Wollen wir es mal ausprobieren? Aber ich auf Stufe 4, äh, könnte nur ein bisschen schwierig werden. Gar nicht. Ich suche jemanden, der mir eine Rüstung fertigt. In bester Qualität. Nun, ich bin seit 20 Jahren im Geschäft. Ich beherrsche das Handwerk. Wenn ich so sagen darf. Das würdest du gerne. Hör nicht auf sie. Sie ist in letzter Zeit sehr grießgrämig. Faucht bei jeder Gelegenheit. Um was für eine Rüstung handelt es sich denn? Leicht, aber stabil. Sie darf die Bewegung nicht einschränken. Und ich muss sie ohne fremde Hilfe anlegen können. Ist das alles? Soll sie sich nicht auch noch selbst reinigen? Ja, wenn nicht. Oder nach dem Scheißen den Arsch abwischen? Ja. Ja. Bequem, stabil und leicht reicht mir völlig. Du musst eines über Rüstungen wissen. Wenn sie was aushalten soll, kann sie nicht leicht sein. Kann sie schon. Man braucht nur das richtige Werkzeug dafür. Werkzeug, wie es die Leute vom Clan Torderhoch auf Undwig benutzten. Johanna, ich hab dir doch gesagt, dass du still sein sollst, wenn ich mit Kunden rede. Du sollst die Leute nicht mit deinen skelligen Legenden behelligen. Das ist keine Legende. Mein Großvater hatte sich eine Rüstung auf Undwig machen lassen. Denn der Clan Torderhoch fertigte die besten Rüstungen. Jedenfalls bis vor einem Jahr, bevor der Riese die Insel verwüstete. Die Bewohner sind geflohen oder gestorben. Die Schmiede könnte aber noch stehen. Ja, hab ich doch gerade gesagt. Der Clan hat eine Felswand ausgehüllt, um sie zu bauen. Lebt wohl. Okay. Finden wir jetzt schon mal. Und hier gibt es eine neue Wand. Ah, und sind auch andere Aufträge. Sehr gut. Salben gegen verschiedene Gebrechen. Ich tausche meine Salben bei Karbunkeln. Brunkeln und Gichtgelenken gegen Pökelfleisch oder ähnlich. Vorsicht, die Salben stinken widerlich. Das schwöre ich, dass sie Wunder wirken. Okay. Äh. Sie ist ja wütend oder traurig. Äh, was denn? Schön, dass du reinschaust. Faustkämpfer. Wer seine Männlichkeit erbringen, beweisend will, der komme vorbei und trete gegen die besten Kämpfer weit und breit an. Den Schmied, den Fischfresser, Jonas und den Feldwebel. Äh. Gewinnt neue Spieler gesucht. Äh. Die Gauner, eine Gewinnspielergemeinschaft in Krehenfeld, sucht neue Mitglieder und Gegner. Erfahrung erwünscht, doch auch Neulinge sind willkommen. Denen bringen wir alles bei, was sie in den Übungspartien an Geld verlieren. Kriegen sie allerdings nicht wieder. Weitere Informationen gibt es beim Vorsitzenden Philipp Strenger, bekannt als blutiger Baron. Okay. Gut. Äh. Auftrag Bestie von Ehrendorf. Gute Leute, bei unserem schönen Ehrendorf treibt ein gefährlicher Spuk eine Bestie oder ein Troll für sein Unwesen und stiftet Verdruss. Dem Töpferen, der es wagt, den Unruhe zu erschlagen, ist nicht nur unsere tiefste Dankbarkeit, sondern auch eine ordentliche Belohnung, gewiss. Wer mehr erfahren möchte, suche uns auf. Frag nach Subimia, dem Ältesten. Äh. Auftrag Greifschling. Wen es interessiert, hiermit sei kundgetan, dass der, der den Greifschling erlegt, das Monster, das sich bei Krähenfeld eingenistet hat, wo Mensch und Vieh tötet, eine stattliche Belohnung erhält. Achtung, diese grässlich gefährliche Kreatur erfordert einen ausgebildeten Kämpfer, nicht nur einen Haufen Bauern mit Mistforken. Spiel von Krähenfeld. Färderinnen. Wer es nun nicht weiß, wir veranstalten hier Färderinnen. Wer mitmachen will, kommt zu mir. Ich erkläre alles Weitere, aber damit es gleich klar ist. Es gibt eine Teilnahmegebühr. Wer pleite ist, soll sich verpissen. Okay. Uh, danke. Essen. Ah. Danke. Den werde ich auf jeden Fall haben. Danke. Oh, Essen. Endlich essen. Er hat mir nämlich jetzt von meinem Freund, äh, Salat gewünscht. Mal was Gesundes. Und jetzt ein paar Brötchen. Äh. Aber, äh, Play und Twitch, was meinst du denn mit deiner, äh, Frage? Also, was genau? Was, äh? Oder, oder meinst du irgendwas im Chat? Ich hab einfach zu wenig Platz hier auf dem... Ich hab schon eine Schreibtischverlängerung und trotzdem kein Platz. Äh, ich hoffe, es stört euch nicht, wenn ich zwischendurch ein bisschen, äh, hier am Mampfen bin. Ich werde versuchen, das, äh, so selten wie möglich zu tun. Aber, äh, ein bisschen, bisschen Hunger hab ich. Dann werde ich immer ganz kurz... Oh Gott, das ist... Hm. So, wo bleib ich mit meinem Trinken? Da ist noch Platz. Neuner. Medikament erstmal weg. Räuchern nicht. Geht gleich weiter, keine Angst. Ich will hier nur erstmal... Ein bisschen was von meinem... Äh... Okay. Äh... Äh... Okay. Dann eigentlich eher kein Verband. Huch. Warte, hör du mal ein Weintraub an. Warte, hör du mal ein Weintraub an. Was ist das da? Ah. Hm. Hm. Warte. Nicht dein Ernst! Das ist nicht dein Ernst! Ich will auch! Dufte? Das ist gemein. Das ist sehr, sehr gemein. Weißt du das eigentlich? Da steht ja aber nichts aus. Warum nicht? Hm. Ja. Ich will schon... Halt weder noch, ne? Weder wütend noch traurig. Äh... Wie bist du... Durfte, wie bist du denn da rangekommen? Ich will auch! Au! 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 Nee, das ist nicht mehr zu entschuldigen. Weißt du? Wir waren Leidensgenossen. Leidensgenossen. Und jetzt sowas. Ich will auch... Jedes Mal, wenn ich versuche, mir die zu kaufen... Es ist ausverkauft. Ja, danke! Danke! Ich hab ja kein Glück. Das ist ja mein Problem. Wenn der Baron getrunken hat, wird er rötend. Und er trinkt andauernd. Wollen wir ein bisschen was kippen? Hm, haben wir sonst schon D5, ja. Bei mir klappt's nicht. Spätestens sobald ich, äh, auf bezahlen klicke, wenn ich es in meinem Vakuum habe, dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar. Mäh. Danke. Danke für nichts. So laufen wir da noch hin. Ich muss jetzt auf jeden Fall... Vielleicht klappt's ja im Mai. Im Mai oder im Juni. Bis dahin sollte ich das Geld ja dafür zusammen haben. Vielleicht hab ich dann ja Glück. Möcht' die auch haben. Ihr ist heulich. So, jetzt könnte ich die Frage beantworten. Traurig. Jetzt wär ich traurig. Traurig und frustriert. Ich will auch... Das ist doch nicht zu glauben. Vor allem egal, wo ich gucke, ständig ausverkauft. Ausverkauft. Dann guckt man, dann kriegt man eine Meldung. Geht rechtzeitig... Oder versucht rechtzeitig reinzugehen. Ausverkauft. Den Controller könnte ich kaufen. Alle ausfeitschen. Leider vom Arschreißen. Ich bin in der Plenäne. Ich bin in der Plenäne. Ich bin in der Plenäne. Das kommt auch in der Kaufrunde. Ja, stimmt. Stimmt. Gibt's nur viele Kaufrunde. Ich habe auch viele Kaufrunde. Aber... Leider. Leider. Kein Glück. Wahrscheinlich, wenn alle anderen eine haben. So, nächstes Jahr kriege ich dann vielleicht auch mal eine. Das ist unfair, ihr seid so auf dem Pferd. Das ist Karma, oder? Ey, das ist unfair. Ihr seid so auf dem Pferd. Aua. Ha. Das ist aber Pferd. Schön, da ist immer auf dem Puppers. Komm her. Hey, Pferd. Bleib doch mal. Ich will doch nur kuscheln. Ich will doch nur reden. So. Dich nehme ich mir aber. Huch. Nein, nein. Ich will nicht. So will ich. Gerald, steck mal bitte dein Schwert wieder weg. Brauchst du jetzt nicht. Ja, mach das. Viel Spaß auf jeden Fall bei Kingdom Hearts. Bis später. Hab ich gerade Leben verloren? Ich glaube, das sah nur so aus. Höhe hot, mein Pferdchen. Höhe hot. Hier ist auf jeden Fall nur einer. Okay, da komme ich natürlich nicht ran. Da muss ich natürlich voll absteigen. Äh, nein! Jetzt habe ich das einfach mitgenommen. Nein, egal. Äh, Rossa. Gute Leute, hört nicht auf den Weiler. Als unsere Rossa krank wurde, hatte er uns geheißen, sie auf ein Kiefernbrett zu legen, in den heißen Backofen zu stecken und dreimal bis zwölf zu ziehen. Wir sie rauszogen, war sie verbrennt und wir mussten die Verschmorten überrasse begraben. Aber der Weiler hat sich geweigert, uns die drei hart gekochten Eier zurückzugeben, die wir ihm gegeben hatten. Er hat gesagt, er hätte sie schon gegessen. Mhm. Speisekammer geplündert. An den Dieb, der mir das Essen aus der Speisekammer steht. Sobald es darin liegt. Die Wurst, die du letzte Woche geklaut hast, die war nur für dich. Ich habe sie aus einem aufgesundeten Pferdekadaver gemacht, den ich im Schlamm gefunden hatte. Faule Eier und eine Hand von Maden habe ich auch noch reingerührt. Außerdem hineingespuckt und noch ein paar sehr persönliche Zutaten hinzugefügt. Ich hoffe, du hast ihn... Er hat ihn schön in den Sand gefressen und räudiges Sackgesicht. Ah, jetzt weiß ich, was ich noch machen muss. Und zwar einmal das hier. Nett Verwachsene. Das gibt es sehr gerne. Auftrag. Hannah aus den Wäldern. Hört, hört. Irgendein Teufels betreibt die Unwesen in unsere Wäldern. Ein Geist oder Phantom ist das nicht. Der alte Willi schwirrt beim Grab seiner Mutter, dass es sich um Hannah aus den Wäldern handelt. Ob das stimmt oder nicht, geht nicht alleine in die Felder und nehmt immer eine Sense oder Forke mit. Wenn der Mumm hat die Bestie auszutreiben, soll eine Belohnung bekommen. Ruhe bei Dunkelheit. Passt auf, dass ihr nicht nach Einbruch der Dunkelheit da draußen herumlauft oder unnötig Krach macht. Bedenkt die Fenster, wenn ihr Kerzen anzündet. Wirft keine feuchten Äste ins Feuer, die qualmen würden. Wir haben genug Ärger im Dorf. Wir wollen uns nicht noch mehr einhandeln. Oh Gott, was ist denn heute los? Gut. Wie hier irgendeiner mit mir mal reden? Mögen die Götter mich schützen. Ja, du nicht. Ja, du plünderst lieber, ne? Die gute Frau sitzt, äh, gekrümmt am Boden. Mhm. Ich würde ja die Dorfbewohner gerne fragen, wenn irgendeiner reden würde. Ich habe euch über eine Hexe reden. Ja. Ich würde gerne... Du hast dich verhört. Und du bist zu weit gelaufen. Hier gibt es nur lausige Hütten. Geh zurück auf die Hauptstraße, von der du kommst. Ach so, okay. Also, willst du ihn einleggen? Hat die Hexe ihr Liebestätten gegeben? Ja, das hat sie. Wollte auch nicht viel dafür haben. Vielleicht sollte ich sie aufsuchen. Wie kommt man hin? Der Frau zum Treib. Folge ihm bis zu einem einzelnen Feld. Den musst du umrunden und dann nach rechts ab vom Weg in den Wald. Er frisst dich einnägen Frage, weil wenn du mein Leid an deinen Kadabern kommst, bist du richtig. Okay. Jetzt sollte ich die Hexe finden. Echt? Also, die Beschreibung hat mir jetzt nicht so neulich viel geholfen. Aber okay. Hier wird es aber relativ früh, hey? 3,39. Ah, ja. Beim Teich soll ein großer Findling liegen. Ja, da ist der Findling. Da ist der Felskoppel. Jetzt nach rechts und weiter bis zum Baden. Der Findling ist allerdings blutbesmiert. Ist das also so eine gute Idee? Oh. Ähm. Ja. Der Moment, wenn Geralt sein Schwert nicht benutzen mag. Oh, komm schon. Das Spiel hat aber auf jeden Fall seine Schwierigkeit. Und das auch vielleicht noch. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Dann war natürlich kein... Ach doch, da ist das Fädchen noch. Los, los. Der Wagen. Hier irgendwo muss die Hexenhütte sein. Ah, da. Da, wo die ganzen Leute vorstehen. Gute Frau, die Kuh schnauft und steht schon nicht mehr auf. Der Eiter strömt ihr aus dem Maul. Sehe ich etwa aus wie eine Melkmacht? Nein, aber du weißt doch so viel. Das ist unsere letzte Kuh. Andere gibt's im Dorf nicht mehr. Die anderen sind verhungert. Oder mit den Soldaten verschwunden. Ohne sie sind wir praktisch tot. Ich gebe dir ein paar Kräuter. Misch sie mit Quellwasser, das um Mitternacht geschöpft wurde. Und lass die Kuh davon trinken. Aber zuerst misst du den Stall aus. Gründlich. Ist das klar? Vielen Dank, gute Frau. Tausend Dank. Schon gut. Genug jetzt. Mir reicht's für heute. Geht. Sie hat schlechte Laune. Wir kommen lieber morgen wieder. Pass auf, was du sagst. Bei euch Menschen hätte ich aber auch schlechte Laune. Bist jemand zu Hause? Scheinbar nicht. Aber dabei war sie doch eben gerade noch hier. Gewöhnliche Salbe. Nichts Besonderes. Verzöpft für schwarzen Kajal. Ja gut. Das muss ich jetzt nicht unbedingt vorlesen, glaube ich. Wo ist sie denn hin? Ganz ehrlich, da möchte ich aber nicht baden. Bei den ganzen Spinnenweben. Buch. Eine ordentliche Bibliothek hat sie da zusammengetragen. Buch. Mit einem deutlich zu vielen, wo wir gerade. Solchen Tanz sieht man in Velen selten. Mächtige Aura. Muss eine Art Artefakt sein, oder? Hierhin ist sie also verschwunden. Ah ja. Stand mal hinterher. Der guten Dame. Ich habe mich schon gefragt, wie lange du noch brauchst, Geralt. Ich bin Ogo. Nur herein. Diese ganzen Hasen. Sei gegrüßt, Hexer. Mä. Gleich hin. Hast du was vergessen? Wo? Hoffentlich bist du nicht zum Daffen da. Nein. Zum Leben. Dreh dich um und warte. Keira Metz im Herzen von Velen. Ich dachte, du kannst das Landleben nicht ausstehen. Ich kann dir versichern. Jetzt noch weniger als je zuvor. Hab erfahren, dass in der Gegend eine Hexe lebt. Hätte nie vermutet, König Volltests frühere Beraterin hier zu finden. Bin ich froh, dass die Welt dich noch überraschen kann. Ich beneide dich um diese Naivität, die sonst nur Kindern, fahrenden Rittern und Schwachköpfen vorbehalten ist. Hm, da ist wohl jemand ziemlich gereizt. Begrüßt man denn so einen alten Freund? Ich habe dich damit einen hübschen Anblick begrüßt. Jetzt sag mir, warum du hier bist. Jetzt sind wir sie im Spiel, glaube ich. Ich wette, du kannst dir die Frage denken. Was machst du hier? Lass mich nachdenken. Das Landleben genießen? Die schöne Landschaft bewundern? Oder das uralte Bindnis zwischen der Stadt und ihren Kornkammern fördern. Nein. Ich verstecke mich, Geralt. Merkst du nicht, wie es um die Welt bestellt ist? Siehst du nicht, was passiert? Du meinst die Verfolgung der Magier? Genau das meine ich. Radovids neuer Zeitvertreib, jeden zu verfolgen, der auch nur einen Hauch von Magie besitzt. Hexenjäger, schon gehört? Mörder, die den ganzen Norden durchstreifen. Bücher verbrennen. Wahrsager aufknüpfen. Kräuterkundler foltern. Naja, es ist, um zu verdenken, je nachdem, was da alles passiert ist, im ersten und zweiten Teil. Naja, er lässt sie leben und ihrem Handwerk nachgehen. Radovids und M hier unterscheiden sich in allen, außer in einer Sache. Sie hassen die Loge der Zauberinnen zutiefst. Ich war ihr Mitglied. Jetzt mal bedenken, was die Loge der Zauberinnen im Zweiteil angestellt hat. Wie fühlt es sich an, die Dorfhexe zu sein? Schrecklich. Ist es nicht großartig, den grenzenlosen Respekt und das Vertrauen der Bauern zu genießen? Sie würden jeden Respekt hier in der Hämorrhoidensalbe herstellt. Du bist schon länger hier, nicht? Lang genug, um allmählich zu verrotten. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich diesen Ort verabscheue. Zu einem anderen Thema. Gibt es Neuigkeiten von deinen Schwestern aus der Loge? Nein. Heutzutage dürfen wir nicht viel über die anderen wissen. Ist sicherer so. Habt ihr nicht mal versucht, Kontakt aufzunehmen? Ich wollte es. Viele Male. Aber ich kann nie mit Sicherheit wissen, wer mir antwortet. Oder zuhört. Ich suche nach einer gewissen jungen Dame. Ach, wirklich? Nach wem? Angeblich hat sie sich mit einer Hexe vor Ort gestritten. Da hatte jemand einen Bären aufgebunden. Die Mädchen hier würden es nie wagen, sich mit mir zu streiten. Sie ist nicht von hier. Du führst was im Schilde, Geralt. Wenn ich dir helfen soll, musst du mir sagen, was los ist. Wen suchst du? Ciri. Ciri? Tja, dann verstehe ich die Geheimniskrämerei. Ganz zu schweigen vom Grübeln und dem finsteren Ausdruck. Und du sagst, dass sie ein Problem mit einer Hexe hatte. Du hast sie also nicht gesehen? Ganz bestimmt nicht. Aber jemand hat mich nach einer aschblonden Frau gefragt. Er hat betont, dass sie sich von den Bauern hier unterscheiden soll. Wer war das? Nicht so schnell, Geralt. Keine Bitte? Keine milde Gabe für eine Hexe? Meine immerwährende Dankbarkeit. Reicht das? Das ist nicht zu verachten. Aber du gerätst gerne in Schwierigkeiten. Ich sollte wohl lieber etwas verlangen, das du mir sofort geben kannst. Ach, verdammt. Schau mich nicht so an. Ich weiß, dass wir von Ciri reden. Es war ein Elf. Der, der nach Cirilla gefragt hat. Kein Räudigatskoyatel-Chaot, sondern ein Elfenmagier. Was hatte denn ein Elfenmagier in Wehlen zu tun? Nun, ich habe ihn natürlich alles Mögliche gefragt. Natürlich. Aber du weißt ja, wie Elfen sind. Er hat viel mehr Fragen gestellt als beantwortet. Ja, natürlich. So gut kennen wir die Elfen mittlerweile. Hat er dir seinen Namen gesagt? Nein, hat er nicht. Und er trug eine Maske. Sehr geheimniskrämerisch, aber er gefiel mir. Er war intelligent und wusste sich zu benehmen. Hat er gesagt, was er von Ciri wollte? Nur, dass sie sich in Wehlen treffen wollten. Er wollte wissen, ob sie vor ihm angekommen war. Hat er eine Nachricht für sie hinterlassen? Nein, aber er wollte, dass ich sie zu ihm führe, wenn ich sie treffen sollte. Du weißt also, wo er zu finden ist? Ja. Er sagte, er hätte in irgendwelchen Elfenruinen beim Dorf Mittelhain einen Unterschlupf gefunden. Ich gehe mit dir hin. Warum? Meinst du, alleine finde ich es nicht? Ich habe mit dem Elf noch eine Rechnung offen. Er hat mir etwas versprochen, was er mir nicht gegeben hat. Außerdem weiß ich, dass du denkst wie ich, dass sie dort sein könnte. Und ich würde Cirilla auch gerne sehen. Okay. Ähm. Ich will aber noch nicht sofort aufbrechen. Ich kann nicht sofort aufbrechen. Dann treffen wir uns dort. Ich warte am Eingang zur Höhle auf dich. Nahrlich von Mittelhain. Juhu, Hexenjagd. Wunderbar. Wanderung im Dunkeln. Ja, ich will mich nicht sofort hier auf die ganzen Quetzes einlassen. Lieber vorher immer noch so ein bisschen rumdümpeln. Wer weiß, was man noch so findet und sieht. Wanderung im Dunkeln.